So, willkommen zurück und wir waren stehen geblieben bei den Ruinen. So, gucken wir uns doch mal an, was wir hier vergessen hatten. Ja, hier waren wir ja. Hm. Untersuche dir Ruinen. Auftragsgebiet erreicht. Aha, vielleicht brauche ich noch mehr Bücher, die ich finden muss. Okay, untersuchen wir mal noch ein bisschen hier rum. Hier ist so ein, bitte so ein Tiger. Hätte schon die Kiste gefunden, aber sonst sehe ich jetzt hier gerade nichts. Hm. Höh! Das wollte ich nicht. Da ist eine Kiste. So. Schauen wir mal hier oben. Können wir was sehen? Hm. Ich sehe leider. Da hinten? Starten. Okay. Das ist irgendwie. Das da unten leuchtet noch nicht. Hm. Dass ich alle von diesen Tieren starten müsste, wäre ja die eine Idee. Aber, und dann auch noch in der richtigen Reihenfolge. Wo war denn jetzt der, der eben noch hier? Ach, da unten. Aber der leuchtet nicht. Den kann ich noch nicht starten. Okay. Wo hätten wir denn noch? Irgendwo ein. Nicht? Keine Ahnung, du. Ich stehe oben. Ich stehe oben. Ja. 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 Ich stehe da nicht hoch. Ich sehe hier auch nichts. Das war der erste. Und dann ist er hat er mich da hinten hingeführt. Hier kann ich mir ewig einen absuchen. Irgendwas zu finden. Bäh. In diesem Umkreis. Ach, hier. Oh. Au. Ähm. Ja. So. So. So spreche doch jetzt mal endlich hier sein Stein. Ding. Das hat sich nur eine Truhe geöffnet. Hm, hat das Pamang aber jetzt gar nicht verstanden. Ist das ein Bild oder eine Inschrift? Oder doch etwas anderes? Vielleicht wissen ja die Leute hier im Ort, was es bedeutet. Fragen wir doch einmal im... ...Quinjidork herum. Ich frage die Einheimischen. 320 Meter von hier entfernt. Ich frage die Einheimischen. In welche Richtung? Diese Richtung. Okay. Äh. Äh. Da oben? Oha. Soll ich da hochklettern? Da kommt man doch anders dahin. Hm. Schauen wir mal. Ich frage die Bösewichte und eine Truhe. Okay. Da ist es doch. Juhu. Und hier ist auch irgendwo... ...wieder... ...so ein... ...ding. perfekt direkt schön hingeflogen da hinten ist ein port den holen wir uns auch direkt hier ist auch wieder so ein ding wo oben oder was wahrscheinlich oben so fragen wir mal hier ein bisschen rum oder wir holen jetzt einfach mal hier so ein buch mit noch ein buch oben kommt mit der hoch ich würde sagen wir klettern einfach mal hier hoch und gucken mal dass wir darüber fliegen oh ist auch noch jemanden gut keine weisheiten wenn ich da auf das dach will sollte ich vielleicht was hier drüber versuchen so zack da oben glitzert was aber das ist verdammt vogueleier ich hoffe nicht dass jetzt hier irgendwo ein riesengreifen kommt und mich angreift weil ich seine eier geklaut habe nichtsdestotrotz irgendwo genau da in die richtung müsste eigentlich hier in die richtung da in die richtung hier hier in der luft ist es nicht ist es auch nicht da ist es habs sehr schön gut gut unten ist wieder so ein ding ich soll die informationen sammeln wahrscheinlich an wahrscheinlich an diesen dingern und wahrscheinlich habe ich nicht den charakter dazu okay gucken wir doch mal diese brauche ich dazu gut dann muss ich mein trupp wechseln trupp wechseln äh trupp wechseln trupp hier so tauschen wir mal diese gott sei dank habe ich die nicht auf reisen geschickt hier wenn man das die 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 leuchtet. Mega das Schwert. Wie lade ich denn das jetzt wieder auf? Das geht auch. Da ist der dritte. Hinter mir war auch noch so ein Ding wieder. Die verschollene Kiste im Wasser. Im Wasser kann ich mich nicht ändern. Das war aber jetzt nicht des Rätsels Lösung. Wo ist denn hier irgendwo? Müssen wir noch so ein Ding haben? Schönes Siegel. Siegel, Siegel. Wo bist du? Da ist ein Geist. So. Und das Siegel. Hopp. Jo, bisschen spät, Junge. Ey, warum macht der das so spät? Ne, ich stand eben von der anderen Seite. Eben von hier. Ich komme nicht dran. Ist das zu glauben? Jetzt muss ich extra, äh, von ganz woanders da. Gucken von wo. Hier über dem Baum. Hier hoch. Hier drauf. Äh. Ah ja, ok. Aber ich will erst mal das Siegel. hier. So. Oh. Ok. Ach so, ich bin ja immer noch auf der Suche nach diesen Informationen. Aha. Da habe ich doch schon mal eine Information bekommen. Hier oben. Ach so, der Geist. Den hätte ich jetzt wieder vergessen. Ich muss mal gucken, ob ich da überhaupt hochkommen. Juppe. Da ist hier drüber. Äh. Hallo? Komm schon da oben. Dran. Ich muss mich drauf achten. Komm schon. Was ist das für die Kiste? Ah. So. das haben wir schon mal ich bin hier sogar richtig dass wir uns dort unsere informationen nehmen die wir brauchen so als dich soll ich ansprechen ich habe hier ein fragment check das mal ab was wir damit machen Geostatuen suche in der Nähe der Geostatuen nach Fragmenten da sind die Geostatuen da sind die Geostatuen da unten ist ein Geist das hier oh ihr seid mehr Butze toll nicht getroffen nicht getroffen was soll denn das so na Fragmenten was soll ich suchen ey wo ist jetzt der Geist hin was mit dir hallo ein Frosch entschuldige hast du einen Frosch gesehen deinen Frosch ich habe einen Frosch gefangen er war so klitschig viel Glück dankeschön Fragmente bei den Geostatuen ich gehe doch mal davon aus dass das Statuen sind oder meinten die andere auf jeden Fall sehe ich hier keine Fragmenteinlichen Dinge ich checke mal kurz die Lage was da steht die falsche Lage schon wieder die falsche Lage so man hat ja ein paar Hinweise zu den Mysterischen vorgegeben eines befindet sich am höchsten Punkt des Quinsdorfes eines liegt in den umliegenden Ruinen und ein weiteres befindet sich wohl an der Geostatue im Westen des Dorfes das sind doch die Geostatuen ja hier sehe ich leider nicht viel Westen 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 Tja Westen 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 Ich kann leider gar nichts erkennen, dass hier irgendetwas rumliegt. Ich weiß auch nicht, ob ich hier auch überhaupt richtig bin. Das funktioniert nicht. Nöööööööö Probe Ich kann hier nichts sehen. Nichts. Nichts? Was ist denn das? Hä? Krieg ich hier Münzen? Einfach so? Das finde ich doch nie. Was soll denn das sein? Oh, der höchsten Spitze des Dorfes? Heißt das, ich soll da ganz, ganz, ganz da oben hin? Das ist nicht euer Ernst, ne? Was soll ich denn da hochkommen? Das ist doch wieder komplett... Zum Häuse melken hier. Da oben war ich. Es geht nur da hoch. Ich wundere, ob du es hier magst. Na gut, dann machen wir uns mal... Auf. Nach oben. Vielleicht kann ich auch da hoch. Sieht zumindest mal... ...danach aus. Hier. Hier rüber. Ich frag mal hier nochmal nach. Oder? Ne. Hilft mir auch nicht weiter. Ich muss... ...irgendwie... ...hör. Komm. Dann klappt... ...wir mal. Wenn eine andere... Sache wüsste ich nicht, wo... ...das sein soll. So. Gucken wir mal. Wo es uns hinführt hier. Durchs Gebirge. So. Da... ...ist das Ding schon mal. Da hoch will ich. Okay. Wuranghang. Ich schnapp mir mal grad das Ding da. Und muss natürlich direkt wieder... ...kämpfen. Eieiei. Weg hier. Ich brauche... Achso. Den kann ich nicht zerschmettern. Dafür musste ich... Ah ja. Du kleiner... ...Typi da. Gehst mir... ...auf die Nerven. So. Ah. Nicht getroffen. Ich muss ein Schwert zerschmettern. Ich muss ein Schwert zerschmettern. Komm. Flieg doch da runter. Na komm. Fliegst du wohl da runter? Na komm. Na gut. Dann. Auch nix. Verdammt. Aua. Keine Chance ey. Keine Chance. Mist. Okay. Ähm. Was ist das hier? Sitzen. Ah. Ah. Toll. Das ist prima. Ich kann hier sitzen. Was? Du da. Oder was? Was? Hinten ist wieder so... Gibt's doch nicht. Wie soll ich denn hier... ...mit diesem Teel... Was? Warum mach ich das denn? Ah nein! Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht ganz hier runter. Alter. Triffst du den auch mal? Oder... ...schießt du nur zum Spaßkreuz und quer? Hä? Hä? Wer ist denn jetzt noch hier? Ach. Da ist noch einer. Ja. Warum steht hier alle so... ...behindert da? Hallo? Verpackt oder was? Verpackt oder was? Da ist eine Geostatue. Die wohl gemeint ist. Ah. Ich sollte erstmal... ...meine Energie aufbauen. Mit dem ich mal wieder was kutter... Oioioioioi. Doch nicht das! Hier. Das. Das. Okay. So. Und dann... ...müssen wir die da down machen. Okay. So. Und dann... ...müssen wir die da down machen. Wer... Au. Alles klar. Ach. Wie ich... ...die Licht anvisieren kann. Äh. Hallo? Da. Doch nicht auf den! Auf den, Mann! ... Dieses blöde Stromding. Hipplu. Ey, Mann, ey, alles klar! Ja, sicherlich. Ey, was ist denn das? Unglaublich, ja? Jetzt geh schon down. Schon wieder meine ganze Energieputsch, ey. Ich glaube, ich bin es. Vielleicht hab ich schon wieder kein Putter. Okay. Hmm. Was? So, weg. So, der ist weg. Ah, ich sehe hier nirgendswo, nirgendswo Fragmente. Wo ist er schon wieder hin? Hallo? Hä? Okay. Oh, shhhht. Na? Wie sieht's aus hier? Ich sehe nichts. So, gleich schon Schutschel down und dann gibt's auf die Rübe hier exakt so. Jetzt bist du erledigt, mein Freund. Komm aus der Ecke raus. Äh, 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 äh. Rausgeschmettert hier. Hm. Hat mir nicht viel gebracht hier. Okay, damit aktiviere ich die Sachen. Wo ist jetzt der Geist hin? Ach da. Hallo. Hm. Fehlt aber noch, ähm, hier von diesen Dingern. Irgendwo. Irgendwo. Muss noch... Irgendwo sowas sein. Zum aktivieren. Zum aktivieren. Mal eine Kiste. Okay, sehe ich nichts. Mal eine Kiste. Außer tausende von Kisten. Äh, finde ich jetzt das Ding nicht. Wo ist denn unser letztes Ding, was ich anschießen muss? Diese Kühlbärmchen was damit zu tun haben? Oh je. Was wär's denn mein Gebiet? Vernichte die Elektro für sie. Na prima. Schon wieder. Na wo ist sie denn? Ah, hier ist auch wieder so ein Teil. Ach, da hinten ist sie. Ich komme. So. So. Schnell hinterher hier. Oh, die ist gleich down schon. Nicht runterfallen, Bro. Nein. Ach, da bist du noch. Glück gehabt. Ereignis ausgebrochen. Leute, ihr führt mich komplett von meiner hauptsächlichen Quest ab. Mann. Wo ist der nur? Wonach suchst du denn? Nach einem Buch. Große 9 hat es extra für mich geschrieben. Bla bla bla. Ich weiß noch, dass ich ziemlich lange im Wasser war. Es war wirklich kalt. Meine Hände sind zugefroren. Ich habe das Buch aber nicht losgelassen. Von dem Ufer. Welches Ufer? Büschlein im Wald. Find das verlorene Buch. Hm. Prima. Herr Wustergeist. Jetzt rennt er wieder komplett weg. Reise. Schau. Ach, echt jetzt. Leute. Ich komme nicht voran so. Ach, echt jetzt. Leute. Ich komme nicht voran so. Was ist das hier? Büchlein im Wald. Ach, das war da jetzt der Akt mit Büchlein im Wald. Für den Ruinenkram habe ich immer noch nichts gefunden. Diese blöden Fragmente. Ich blick's nicht, wo die sind. Ja, treffe ich den mal. Ey, Hammer hat, wie der sich unter dem Baum versteckt. Dieser blöde Affe. Ich krieg Pföhn. Das war's für mich. Ich schätze die Wäste. das gibt es doch nicht dass er sich in den steinen überall versteckt jetzt geht doch mal drauf meine güte wo muss ich hin runter wo ist denn jetzt das mit dem blöd oder was ich muss wieder weg hier sind hinweise büschlein im wald abgeschlossen weg hier sind ja dauernd so eine krummige hexe tja das mit dem fragmenten das ist so eine sache die Ist ja schon dauernd. Geht's hin? Oh. Eine gelbleuchtende Trüge von denen. Hab nur keinen Schlüssel dazu. Okay, dann setzen wir uns doch mal hier wieder einen Punkt hin. Oh, ey. Warum? So. So. Ich bin aber hier komplett vom Weg abgekommen, Leute. Komplett vom Weg abgekommen. Vielleicht sollte ich einfach mal hier hinlaufen und erst mal das Gebiet hier freischalten. Denn ich hab keine Ahnung. Ah, da. Ne, ist das doch gar nicht. Da hinten ist es, das Rote. Denn ich blick's einfach nicht, wo dieses blöde Geo plapla gedönse und höchste Punkt auf höchste Punkt wollte ich doch da hochklettern. Warum zeigt ihr mir? Fliegen wir mal da rüber. Denn ich hab momentan keine andere Idee. Hier befindet sich Was ist denn das? Sollte ich aber glaube ich nicht sagen. Ah, vielleicht sind die Sachen. Ja. Oh, abklingt Zeit. Ich krieg ein Böhn. Ach, da oben ist es. 2, 1, 0. Ha. Hallo. Ey, willst du mich veräppeln? Da kommt nicht dran. Ist das zu passen? Toll. Das ist nicht wahr. Soll ich denn jetzt? Was denn? Der dritte? Ach da. Äh, und jetzt? Hä? Ja, das hat mich aber jetzt nicht in die Lüfte gebracht. Ist hier irgendwas, damit ich von oben da rüber fliegen kann? Jetzt sagt Mensch, ich muss extra von dem Berg da oben runter hüpfen, um da dran zu kommen. So. Okay. Sieht ja schon mal besser auf. Ne? Hier sind wir. Da waren wir eben. Was ist das? Weltauftrag. Ich habe keine Ahnung, du. Oh, das war erst mal ein Teil. Ein Bruchteil von dem. Statue der Sieben. Anbeten. Alles opfern. Tada! Tada! Oha! Oha! Oha, sei im Einklang mit der Geokraft an einer Statue der Sieben in Lio, damit du der Reisende zur Geokraft wechseln und damit die entsprechende Elementar- und Spezialfähigkeit anwenden kannst. Willst du erneut die Fähigkeiten der Ernehmungkraft nutzen, kannst du zurück nach Mondstadt gehen, um an einer Statue der Sieben wieder im Einklang mit der Ernehmungkraft zu sein. Heißt das jetzt... Ich hab doch immer noch Ernehmungkraft. Hä? Statue der Sieben. Einklang mit Geokraft. Komm! Ist ein Ding. Aber die hat doch schon Geokraft. Aber egal, ich lass es mal bei der Geokraft. Dann kann ich wenigstens die Steine, glaube ich, besser zerstören. Aber... Ah... Bär... ... Warte mal, ich gucke mal weiter hier, zack! Achso, Stufenaufstiege. Sammeln, Tagesaufträge. Und dieses Vieh hier lockt mich immer wieder zu neuen Sachen heraus. Da vorne müsste noch ein... Geo-Dinge sein. Da ist es doch! Hopp! Auuuutsch! Zackt! So. Achso, Suche in der Nähe der Geo-Statuen nachgefragt am Ende. Ja. Das hilft mir immer noch nicht weiter. Oha! What the... Was ist das denn, was ich da eben wieder gemacht habe? Oha! Oha! Ah! Damit kann ich... Hochhüpfen da hinten. ... 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 mit ... ... ... ... ... ich gucken wir uns jetzt mal an hier so blüpp dann mache ich hier so falsch knopf und dann mache ich hier so wo bin ich perfekt nichtsdestotrotz müsste ich immer noch hier irgendwo in ruinen das zeug suchen aber tja da komme ich leider nicht weiter meine güte ich weiß halt absolut nicht eins befindet sich am höchsten punkt des quenchsdorf eins liegt in den umliegenden ruinen und ein weiteres befindet sich wohl an der geostatue des rätsels lösungen sind unergründlich ich weiß gerade auch nicht zum höchsten punkt im quenchsdorf am höchsten punkt da hinten ist ein speicherteil wie wäre es wenn ich von hier darüber laufe und dann da hoch klickt nach einer idee dann lass uns doch mal auch so umsetzen so gucken wir mal die richtung vielleicht finden wir noch was aufregendes unterwegs hier sind wir ja wieder bei diesen ruinen aber auch keine weiteren hinweise hier zu sichten da oben ist wieder so ein ding da hinten ist der speicher zack äh wo ist es hin immer noch zu hoch na gut dann anders da so so hier ist der nächste äh das ist mir vorbeigelaufen und trifft mich trotzdem was seid ihr denn für wildschweine ey überall diese Schweinschäden da suchen äh nein so nächste da hinten äh ja jetzt warte mal, warte mal, warte mal, warte mal da hab ich auch mal oi 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 immer wieder dasselbe, dasselbe, dasselbe dasselbe so ja genau ein schlags bin down oder was guck dir das mal an ey du-du-du-du-du du-du-du du-du-du so schön eingefroren, dass es perfekt bleibt, dass es schön ist, ne ah shit, der ist raus jetzt komm geh wenigstens down bevor ich down gehe okay jetzt muss ich mal oah du musst du wiederbeleben so 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 da 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 na du schon hast du du dann laufen wir mal zum nächsten speicherpunkt da oben da ist der geist da ist der geist du musst irgendwo ach da oben warte mal du sollst da rauf hüpfen echt jetzt warum fliegst du nicht machen was soll denn das jungen 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 warum machst du das habe ich dich jetzt du bist jetzt runter oder was hä wo ist er hin ach da da ist der nächste punkt ok jetzt müssen wir mal schauen da sollte ich hoch richtig genau da hoch klettern wir mal einfach mal drauf los hä ist auch schon wieder sowas was denn lichter aus so schnell konnte ich gar nicht lesen bloß hier gibt es ein war die reihenfolge etwa falsch hm 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 ich werde so bezwungen da geslapst hier jede einzelne ihre passetten nacheinander die geist ja bestimmt oder war das ja ja denn Norden Süden Westen Norden 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 Südwesten soll ich mir das merken Süd Nord West Nord 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 Süden So Also in diese Richtung wird es mir, glaube ich, stehen. Fangen mit dem Norden an. Das wäre der. So, Norden. Südosten. Nordwesten. Also das, das, das. Okay. Also. Das, 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 und das. Perfekt. Habt das Rätsel gelöst. Hab ich ein Fragment gefunden? Sag bloß, ich muss. Wo ist denn jetzt mein Inventar her? Hm. Wo finde ich denn jetzt die Fragmente? Äh, hier nicht. Hier sind nur Bücher. Bücher. Oh, ich hab schon zwei Fragmente. Ist ja ein Ding. Wie soll ich dann nachher erkennen, welche Fragment, welches Fragment mir jetzt fehlt? Ah, noch gekriegt. Perfekt. Kann ich das jetzt irgendwie an der Questa kennen? Wahrscheinlich nicht. Äh, eins befindet sich am höchsten Punkt. Eins liegt in den umliegenden Ruinen. Und eins weiter befindet sich wohl an der Geostatue im Westen des Dorfes. Okay, das Einzige, wo ich eigentlich nicht war, ist das mit dem höchsten Punkt. Der höchste Punkt, wo ist es denn jetzt hin? Wäre da. Und warum bin ich hier in Buxtehude und ich da hinten? Weil ich noch nicht weiß, wie ich da rüberkomme, oder was? Das ist toll. Das ist richtig toll. Ich muss unbedingt da oben auf den Berg noch. Aber ich glaube, das machen wir dann im nächsten Video nochmal. dass wir irgendwie es schaffen, da hinauf zu klettern. Und hoffen, dass es da oben ist. Denn von hier aus, würde ich sagen, müsste ich da so hoch klettern. Ich gehe wenigstens schon mal den Grundweg, damit ich beim nächsten Mal weiß, wo ich lachen muss, bevor ich das wieder verpeile hier. So, also. Ich muss dafür den kompletten Berg hier rauf und da rauf und da rauf. Oder gehen wir jetzt noch schnell da hoch? Ja, komm. Das wird ja wohl nicht so lange dauern, da hoch zu klettern, oder? Hoffe ich mal. Komm, mach mal dein Ausdauer voll. Oh, hier ist auch wieder irgendwo so ein schönes Teil. Das war genau hier. Irgendwo. Oder auch nicht genau hier. Äh, hallo. Ungefähr hier. Oh wei, oh wei. So. Schuss. Toll. Schuss. Oh, 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 oh. Mein Gott, das sind drei Stück von den Viechern. Hallo. Hallo. Hilfe, lass mich mal hier rauf. Ah. Boah. Alter. Okay. Alles klar. Danke. Äh. Ich hatte jetzt keine Lust hier auf den großen Kampf. Lass mich da mal. Alter. Alter. Oh, einer ist runtergefallen. Hihihi. Ich wollte eigentlich nur dieses blöde Teil. Danke und tschüss. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Hallo. Ich weiß nicht wohin. In welche Richtung. Ah. Ich muss hier weg. Hilfe weg hier. Auf welchem Berg wollte ich denn jetzt klettern? Hier. Hier glaube ich, oder? Jetzt siehst du auf einmal. Von wo bin ich denn jetzt gekommen, Mann? Wo ist das blöde Dorf hin? Was ist das hier? Ich bin da hin und dann wollte ich hier hoch. Da hoch. Ja. Gut. Schön, dass mein Charakter jetzt gestorben ist. Vielen Dank auch. Oh. Verdammt. Gerade so. Das gibt es einfach nicht. Echt nicht. So. Wenn ich das mal gleich hier oben. Oh. Ist da ein Punkt zum hinstellen? Ich sehe es nicht. Sieht so aus. So. Ich hoffe, das ist korrekt. Denn das ist der höchste Punkt. Ich wüsste nicht, was noch höher liegen würde hier. Und umsonst sind ja nicht die ganzen Abgrenzungen, damit ich hier klettern kann, oder? So. Ich bin mal hier oben. Perfekt. Ich habe es gefunden. Und da ist das Teil in der Mitte. Und da ist das Teil in der Mitte. Toll. Andere Idee. Ich kleide den Baum hier rauf. Bis irgendwo hin. Hallo. So. So. Das müsste aber schon reichen, oder? Jawohl. Hat gepasst. Gut. Also in jedem Fall sind wir hier richtig. Und dann machen wir das Rätselslösung. Die ist ein bisschen schwieriger. Im nächsten Video. Und bis dahin. Auf Wiedersehen. Und das ist ein bisschen zu ver 문제 вещи.